Herzlich Willkommen auf Masses Clash Channel! Das heutige Sneak Peek hat die erste Truppe vorgestellt, die ein neues Level spendiert bekommt. Und zwar sind das die Lakaien. Denn Lakaien gibt es ab sofort auch mit Level 7 und das ganze exklusiv für Rathaus Level 11. Wie sie denn in-game ausschauen, das schauen wir uns jetzt mal an. Ihr seht, sie haben ein lilanes, dunkles Fell mit goldenen Hörnern und goldenen Flügeln. Ziemlich cool wie ich finde und die bereichern sicherlich das Schlachtfeld um ein paar Farbtöne. Insgesamt wird das neue Level der Lakaien aber wohl nicht viel ausmachen. Vielleicht ein paar Lebenspunkte und ein paar Schadenspunkte, die sie dazu bekommen. Aber ansonsten auch nichts weiteres. Die vielleicht etwas interessantere Neuigkeit heute ist, dass ab sofort das Boosten von Kasernen, von Zaubern und von Helden von 2 Stunden auf 1 Stunde reduziert wird. Und außerdem nur noch die Hälfte kostet, was natürlich verständlich ist. Heißt, ab sofort gibt es für Kasernen, Zauber und Helden insgesamt einen 1 Stunden Boost, der 5 Gems jeweils kostet. Das ist natürlich eine sinnvolle Änderung, allein deswegen schon, da man ab sofort nur noch 3 Stunden online sein kann. Und mit einem 2 Stunden Boost würde man mindestens eine Stunde Boost entweder verschenken oder einfach nicht benutzen können. Und außerdem wird dadurch das ganze Boosten deutlich flexibler, weil ich kann jetzt einfach nur noch eine Stunde boosten und kann mich danach entscheiden, ob ich noch weitermache oder nicht. Das heutige Sneak Peek war glaube ich nur ein Vorgeschmack auf die ganzen Level, die da noch kommen werden. Es war vielleicht etwas enttäuschend, da nur die Lakaien angekündigt wurden mit einem neuen Level. Aber ich bin mir sicher, dass da noch mehr in den nächsten Tagen folgen wird. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß hier auf Masis Clash Channel. A und wieder einmal in den nächsten Tagen das wird! Pr Witwer